so hallo wir machen weiter bei jam 2 letztes mal haben wir den nicht den das morse level abgeschlossen das vielleicht hoffentlich letzte morse level jetzt waren es dann genug in das special world gleich mal mit zwei morse level konfrontiert werden herzlichen glückwunsch also was heißt special world sieht halt ein wenig speziell aus sagen wir es mal so aber ja dass das nicht speziell wir haben jetzt die wahl zwischen left for dead von ach ja beides war lazy ich weiß es wieder mal wir fangen einfach left for dead an let's go okay ich werde aha okay ich darf nicht nach links drücken verstanden dann würde ich einfach na ich kann nicht sobald ich links drücke das kann man vermutlich auch nicht irgendwie pointen würde mich jetzt interessieren ist es wirklich auf die exposition bezogen oder ist es bezogen quatsch oder ist es bezogen auf das drücken der taste die links aus näher das ist quatsch es ist quatsch es muss es muss auf die position bezogen sein wenn ich das jetzt austausche das kann kein ist das dann wird es sicher die dann wird er ja einfach nur der andere taste für links nehmen es ist quatsch auch gott ich kann nicht wie soll ach das pferd war was ist kommt eine ranke raus ich kann nicht nach links drücken da kommt gar nichts raus so ich kann hier stehen was soll ich hier tun ich bin restlos über wofür ist dieser noten ich könnte mich irgendwie seitlich wahrscheinlich von dem notenblock rechts abstoßen so konnte man nach links kommen aber so komme ich okay verstanden okay verstanden so kriege ich anlauf da oben oh gott alter ich kann nicht mehr abspringen jetzt und jetzt kann ich nämlich mit anlauf hier hin kommen ja ich darf natürlich nicht stoppen kann dann hier hin ja wie werde ich den los wieso dreht sich mal ich meine es ist okay dass ich mario dreht aber warum das ist ja gut ist er soll sich ja drehen weil dann kommt der coo der coo der coo boi ja das ist jetzt ein morse level würde ich über morse schimpfen wieso hat er sich jetzt nicht gedreht hä hä wie 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 sorge ich denn dafür dass er sich da dreht ja das war es an der stelle komplett zu langsam ich weiß nicht ob es aus der position noch geht oh äh ja das ist ein ganz meckwürdiges level ne keine chance jetzt bin ich deutlich schneller das ist viel besser und trotzdem nicht schnell genug willst du mich veralbern what what also noch schneller wird es doch nicht mehr oh boy ok 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 ich werde ich wird ich brauchte fehler noch oh boy Alter, wenn man nicht nach links drücken darf, das ist so weird. Nein! Yes! So, die sind sicher. Ich habe verstanden, was es von mir will. Okay. Nein, ich muss noch mal fliegen. Okay, und dann kommt aber auch schon der Midway Point. Oh boy. Okay, dann hätte ich auch jetzt keine extra States gebraucht, weil dann bin ich ja eh hier. So. Ach, das ist nur für mich durch... Ja. Nee, da falsch... Ja, wait, aber wie soll ich denn dann... Was sollen wir den Münzen da sagen? Wie löse ich denn aus? Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Die gehen jetzt aber auch nicht kaputt, ne? Ähm... Muss ich deutlich schneller... Was? Muss ich so schnell... Was? Muss ich so schnell sein, dass die nicht runterfallen können? Äh... What? Oha! Oha! Das geht ja wirklich... Oha! Crazy! What? Oha! 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 hätte ich hätte schnell mitnehmen müssen alter dann muss ich als ja was das geht nicht wie mache ich das denn jetzt hier ich kann nicht jetzt jetzt dann komme ich aber komme ich da ich komme aber nicht wie der passt das ist halt passend los moment wie wird überhaupt gedrückt das geht ja so gar nicht der wird ja so gar nicht gewöhnt was wie soll ich den drücken weder weiß ich wie ich den drücken soll noch wie ich dann wieder zurückkommen sollte ja das geht ja so gar nicht was soll ich da tun ich käme aber auch nicht mehr zurück selbst wenn das funktioniert äh ich raff gar nichts mehr ich gehe zurück kämme ich vielleicht so aber wie drücke ich den ich raff jetzt jetzt raff ich wirklich überhaupt nichts mehr jetzt bin ich jetzt ist vorbei ich komme ja nicht durch also ich habe keine schulden wie soll w-was? w-was soll denn? was soll denn? alter was soll denn an der Stelle den dann aufdrücken? äh, noch mal von vorne ja, moin wie habe ich das denn gerade gemacht? what? ah, irgendwie so, ne? ach so pfff ja, das ist sicherlich sinnvoll gewesen jetzt ja, wie drücke ich den denn zurück? vielleicht kann die Schilder auch nochmal den auslösen, aber ach komm neee, nimm die doch mit, aber warum warum überhaupt? was will ich dann da drüben mit der Shell ich darf nicht stoppen ich muss aber so aber ich kann hier ich kann hier nichts anderes machen, als die Shell mitzunehmen bis hier muss es richtig sein ich glaube ist es vielleicht genau andersrum will ich will ich die Blase zum zurücknehmen zum zurückkehren oder so und gar nicht mit der Blase darüber aber was aber wie löse ich den on-off aus? also ja, ich könnte mit der Blase zurück ne, was könnte funktionieren? so käme ich zurück okay aber was aber wie löse ich den aber wie löse ich den on-off aus? na, so käme ich hier hin aber ich könnte mich sogar drehen auch das könnte ich und da ist ja dieses dieses Ding, das die Shell da entlang zieht ne, das ist ja alles da aber wat, wie wat deswegen löse ich den ja nicht aus so da hat er sich nicht richtig rumgedreht hoch aber ich darf ja auch nicht nach links drücken dabei oh boy aber selbst wenn ich die dann losleiche ich raffe ich raffe nix ich raffe nix selbst wenn die da wie soll denn die den on-off auslösen? das war jetzt mal richtig rum aber ich verstehe halt nicht was mir das bringen soll na, dann schießt die da rüber aber wie hilft mir das? du die löst es einfach aus wenn die da gerutscht reinkommt also wenn die da nicht reingeschossen wird oder was? yo wahrscheinlich ähnlich boah, was willst du denn von mir? das ist sie ein bisschen zu hoch gelaufen habe ich den eindruck aber ich habe es doch gerade aus dem state auch geschafft oje na, wir spielen nochmal ein bisschen zurück das ist gut ah, ich muss die ein bisschen ah, ich muss die ein bisschen hochlotsen verstanden ja, jetzt ist es jetzt war es deutlich einfacher ok, dann haben wir das Level oh mein Gott was ein Krampf was ein Krampf naja, das reicht noch nicht aber jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit oh boy das dass die das dass die das wenn die da reingelegt wird sozusagen auslöst und dann anscheinend ein Pixel höher ist oder was? als wenn die da reingeschossen wird das ist ja krass das habe ich nicht gewusst wahrscheinlich habe ich es gewusst aber irgendwie auch wieder nicht was ein Level ja Wahnsinn sind wir jetzt echt bei dieser bei diesem ein Level ein Part Ding wieder angekommen oje ich werde ihn nicht los da ist noch ein Morse Level danke fürs Zuschauen ortges Bis zum nächsten Mal.